Willkommen zurück zu Let's Play, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Willkommen zurück. Ich hab damit kein Problem, weil Leute, die sich für meine Videos nicht interessieren, sollen sie auch bitte wirklich nicht gucken. Ich hab damit kein Problem. Ich bin niemandem sauer, wenn er meine Videos nicht mag. Aber einen Moment kurz. Toll. Keine Schlacht für jetzt. Also ich bin nämlich sauer. Ist okay. Also wer meine Videos wirklich nicht sehen will und die nicht mag vor allen Dingen, guckt euch die doch nicht an. Das Geilste sind die Leute, die sich wirklich jedes Video von mir angucken, um unter jedes Video einen Kommentar zu schreiben. Mann bist du schlecht. Hör auf zu Let's Playen. Du bist scheiße. Gott bist du ein Loot. Es ist so geil. Es ist echt belustigend. Das muss man, muss man schon dazu sagen. Also es betrifft jetzt nicht Blufo. Aber, ähm, es ist echt belustigend, äh, was die Leute sich, äh, also man nennt jetzt auch gerne Hater. Aber es ist halt echt ziemlich genial. Egal. Auf jeden Fall gehen wir mal eben ins... Ja, da möchte ich kurz hin. Ähm, wir machen auf jeden Fall weiter. Mit der Arena eigentlich hatte ich... Also eigentlich hatte ich vor, mit der Arena weiterzumachen. Das sollen irgendwie noch übertrieben viele Kämpfe sein. Angeblich, oder so. Hab ich das, wenn ich das richtig verstanden habe. So, wo war das Schlafding? Da. Also so zu viel... Wie schön, euch zu sehen. Total schön, dich zu sehen. Äh, soviel zu dem Statement, mein Loot. Also bitte, bitte schreibt mir, schreibt mir nicht mehr im Form-Spring. Das ist, äh, ist also, äh, nicht mehr die Frage. Also ich hab jetzt, keine Ahnung. Ich werd die Frage jetzt einmal beantworten und auf dieses Video hinweisen. Und, ähm, dann werd ich sämtliche anderen Fragen löschen dazu. Äh, weil, keine Ahnung, es sind mindestens fünf, sechs Fragen. Keine Ahnung. Also, ähm, ja. Wir schlafen in der Runde. Äh, achso. Bis, äh, neun Stunden, neun Stunden, neun Stunden. Also, also zehn Stunden sind... Oh Gott, rechne ein paar Stunden. Und, äh, wir rechnen jetzt eigentlich meine Stärke so. Elf Stunden, dann haben wir... Neun Uhr. Drei. Okay, rasten. Ja. Das wissen wir eigentlich. Hab ich mich verzählt? Äh, neun Uhr drei. Doch, wir haben richtig neun Uhr drei. Wunderbar. Okay, es geht weiter. Und, äh, wir rennen runter und rennen runter und rennen runter und rennen runter und rennen runter und... Bleiben stecken. Was zur Hölle? Zurück in die Arena. Ach, eigentlich hab ich gar keine Lust mehr auf die Arena, aber ich krieg angeblich so tolle Sachen da und was weiß ich nicht was. Ich muss sie wohl tun, so machen und wie auch immer. Und ich versuch ja auch so viel nebenquestmäßige Aktionen zu machen, wie ich nur kann. Bevor ich die Hauptquest weitermache, so wurd's mir ja auch empfohlen. Und ich halt mich ja ein wenig an eure Tipps und versuch das alles an. Das mit dem Mord und Totschlag und sonst was, das kommt alles später noch. Ich mach jetzt aber erstmal die Arena fertig und... Und... Ja, seit ich kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Los, Blutvergießer, verliebt er... Bloß kein Schwung, ja. Eure nächste Gegnerin trägt schwere Kleidung. Greift jedoch mit einem Kurzschwerd an. Sie ist praktisch eine stark gepanzerte Vespe. Und das mit dem passenden Temperament. Vorsicht! Ja, ja, hat die Klappe. Auf geht's! In den Kampf! Okay. Bin ich eigentlich schneller, wenn ich die Waffe nicht gezogen hab? Kann das sein? Kann das sein? Ich bin echt schneller, wenn ich die Waffe nicht gezogen hab. Kann das sein? Hm, na gut, egal. Äh, ach ja, scheiße. Quer-Kicksafe hätte ich eben auch machen sollen. Kurze Neuerflame und los geht's! Ihr Leute der Kaiserstadt. Seid willkommen in der Arena. Ihr seid gekommen, um zwei Blutvergießern bei dem zuzusehen, was sie am besten können. Und sie sind entschlossen, sich zu beweisen. Möge das Blutvergießen beginnen! Ja, möge das Blutvergießen beginnen! Oh Gott. Aua. Warte mal eben, bitte kurz. Was, ihr könnt mich denn nur einmal täglich anwenden? Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher Wurm. Das ist ja schön für dich. Friss Feuer! Komm her! Oh, das war ein Fehler. Komm her! Schlag doch zu! Was? Schlag zu! Komm her! Stürzt doch eh! Und tschüss! Sieger steht fest! Sieger vom blauen Team! Sieger vom blauen Team! Verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe! Ihr habt es euch verdient! Jo, ich weiß. Ich hab schon sowas von verdient. Ihr weiß, dann schmutzt der Schlacht von euch ab und fühlt euch hineingeboren. Ja, thanks. Dann gib mir mal wieder ein bisschen. Bereit. Der nächste ist ein Dunkelhelf. Ich habe ihn noch nie kämpfen sehen, aber er trägt einen Bogen und auch ein Schwert. Also, macht euch auf einen Angriff aus der Ferne gefasst. Ja, ja, natürlich, natürlich. Wird schmerzen. Okay. Auf geht es. Äh, stopp! Du da! Heil, Freund! Euch habe ich hier unten im Schlachthaus meines Wissens noch nie gesehen. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Agronak Gromalok. Die meisten nennen mich den Grauen Prinzen. Eigentlich ist es etwas albern, sicher, aber die Menschen von Cyrodiil wünschen sich eben Helden. Und diesem Wunsch komme ich nur zu gerne nach. Ihr seid also ein Arena-Kämpfer. Es ist immer gut, Kollegen kennenzulernen, besonders, wenn sie nicht nur darauf aus sind, den Großmeister umzulegen. Ha, 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 ha! Ähm, tötet den Großmeister. Ich bin der amtierende Großmeister der Arena, wisst ihr? Wenn ihr Meister seid, müsst ihr mich herausfordern. Es ist ein Kampf bis zum Tod. Wenn ihr also so weit geht und Großmeister werden wollt, werdet ihr versuchen müssen, mich zu töten. Der Graue Prinz. Ja, so nennt man mich. Daran bin ich wohl zum Teil selbst schuld. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich nur zur Hälfte ein Ork bin. Ich bin der Sohn eines Fürsten, doch blieben mir die Privilegien eines Adligen, die mir zustehen, versagt. Also bin ich der Graue Prinz geworden, ein selbsternannter Adliger. Jedoch, könnte ich beweisen, wer ich wirklich bin und der Welt zeigen, dass auch ein Ork zu edlem Blut und edlen Taten fähig sein kann? Vielleicht, ja, ihr könntet mir helfen. Äh, ich kann vielleicht helfen, erzählt mir. Ich bin in der Kaiserstadt aufgewachsen, aber ich wurde woanders geboren. Meine Mutter war Dienstbotin bei Fürst Lovidikus und hat bei ihm in der Festung gewohnt. Die Fürstin Lovidikus war eine wahre Xantippe. Der Fürst und meine Mutter wurden Vertraute und verliebten sich schließlich ineinander. Ich bin das Ergebnis ihrer Vereinigung. Als die Fürstin von meiner Geburt erfuhr, wurde sie rasend vor Wut und drohte, meine Mutter und mich umzubringen. Also flohen wir und verzichteten auf meinen Anspruch auf eine adelige Herkunft. Bitte, fahr fort. Meine Mutter ist kürzlich gestorben. Bevor sie dahinschied, gab sie mir diesen Schlüssel und sagte, er würde mir an meinem Geburtsort Krähenheim die Wahrheit eröffnen. Krähenheim ist eine Festungsruine weit westlich von hier. Ich würde selbst gehen, aber mein Ausbildungsplan erlaubt mir nicht den Luxus einer solchen Exkursion. Ihr müsst nach Krähenheim reisen und mit dem Schlüssel das öffnen, was den Beweis meines Geburtsrechts birgt. Besorgt mir die Beweise und ich werde euch einige meiner besten Kampftechniken beibringen. Seid versichert, dass ihr sie nicht einfach aus einem Buch lernen könnt. Okay, einmal kurz den Arenakampf und dann werden wir uns dieser Questreihe widmen. Also diesem Quest. Weil irgendwie soll mir das helfen, später endlich ins Gefängnis zu kommen. Also grob gesagt, ja, grob gesagt. Soll er mir helfen, ins Gefängnis zu kommen. Wunderbar, oder? Ja, egal. Ich vertraue euch mal. Jo, ich hab die geringste Überlebenschance. Oh Gott, ist der schnell. Okay, komm her. Was ist das denn? Äh, ein Moment. Heilen, da. Okay. Was versteckst du dich so feige? Wie affig. Versteck dich nicht. Für die Arena, sie sehen uns ja nicht noch mehr. Also wir müssen auftauchen. Also diesen simplen Kampfmuster. Wenn wir blocken, dann können wir einfach auf zwei Hits landen. Der Sieger steht fest. Er jubelt den Kämpfer des blauen Teams. Sieger.